Hallo, mein Name ist Ria Harms. Ich bin zahnmedizinische Prophylaxeassistentin und arbeite seit 2007 mit Dr. Bosen und Dr. Steinebrunner Seite an Seite an der Zahngesundheit unserer Patienten. Mein Beruf ist sehr vielseitig, das schätze ich sehr. Wir arbeiten selbstständig am Patienten, wir assistieren in der Behandlung, wir sind für die Dokumentation zuständig. Ja, es ist jeden Tag anders und es wird nie langweilig. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Katrin Harms. Ich bin in der Praxis Dr. Bosen, Dr. Steinebrunner und Kollegen. Da unsere Praxis sich ständig weiterentwickelt und wächst, freuen wir uns immer über Nachwuchs und neue Kollegen. Wenn ihr Lust an einer interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeit habt, selbstständig arbeitet und Spaß habt, Verantwortung zu übernehmen, freuen wir uns sehr über eure Bewerbung, egal ob im Bereich Assistenz, Verwaltung oder Prophylaxe, gerne auch als Auszubildende. Bewerbt euch gerne bei uns. Vielen Dank!